Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in Dunkelheit leben muss. Der heilige Abend auf EWCN-TV Um 16 Uhr senden wir die Christmette aus der Marienbasilika in Kevela. Um 18 Uhr die Christmette aus dem Kölner Dom. Um 19.30 Uhr übertragen wir die Christmette mit Papst Franziskus inklusiv deutschem Kommentar. Um 21.30 Uhr senden wir eine Aufzeichnung des Weihnachtskonzertes der Regensburger Domspatzen. Um 23.00 Uhr übertragen wir die Christmette aus der Stiftskirche im Kloster Heiligenkreuz. Um 0.30 Uhr senden wir aus der Katharinenkirche in Bethlehem die Gebetsvigil zur Geburt des Herrn mit deutschem Kommentar. Heiligabend auf EWCN-TV Wir sehen uns beim nächsten Mal.